Hey, du bist noch auf lautlos. Unmute yourself. Deine Stimme zählt. Äh, sorry, ich glaub, du bist noch auf mute. Genau, es gibt ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall ändern würde. Mein Vorschlag wäre also... Ich kann ihn nicht hören. Du bist noch auf mute. Okay, noch einmal. Mein Vorschlag wäre also... Willkommen zum Workshop. Freut mich, dass ihr alle da seid. Ich kann deine Stimme nicht hören. Du bist auf lautlos. Oh, sorry. So, ich hoffe, ihr könnt mich jetzt hören. Ich glaub, der Mikro ist aus. Kannst du's nochmal sagen, bitte? Du bist auf mute. Ihr seid noch lautlos.